Ich darf jetzt Andreas Schieder, den Leiter der SP-Delegation im EU-Parlament, begrüßen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Schieder, die Auftritte in Ankara und Moskau, sind das Fehler, die passieren? Wäre es schlimm genug? Oder zeugt das von einer strukturellen Schwäche der EU-Spitzen auf internationalem Parkett aufzutreten? Es zeigt einerseits, dass wir gerade in der Außenpolitik nicht geeint genug sind. Es gibt unterschiedliche Interessen, die dann sehr schwer unter einen Hut zu bringen sind. Und es ist ja auch eine ordentliche Portion Patschardheit, wie man auf gut wienerisch sagt. Es ist ehrlich gesagt die Frage, warum die zwei Spitzen der Europäischen Union, die zwei Präsidenten, gemeinsam zum Erdogan fahren, in einer Zeit, wo die Wirtschaft auf Talfahrt ist, weil er den Notenbankchef rausgeworfen hat, wo eine ganze Parlamentspartei gerade vom Verfassungsgerichtshof auf seine Weisung hin verboten wird, wo eine Vielzahl, wo die Istanbul-Konvention zum Schutz der Frauen vor Gewalt von ihm gekündigt worden ist, warum er gerade in diesen Zeiten, wo es eigentlich so angespannte Beziehungen gibt, so zweit hinfährt und ihm die Möglichkeit gibt, die gesamte EU zu brüskieren, entzieht sich vollkommen meinem Verständnis. Jetzt sind da natürlich handvollste politische Interessen im Spiel. Die EU braucht die Türkei. Die Türkei hat drei bis vier Millionen Flüchtling im Land, die sollen nicht nach Europa. Europa braucht auch den Markt. Türkei, ist das der Grund, warum man sich in Ankara typieren lässt und sogar eine Erweiterung der Zollunion in Aussicht stellt? Ja, manche glauben, dass das der Grund war und dass das ein sinnvoller Weg wäre, das zu machen. Ich glaube, wenn das der Hintergedanke war, dann ist das ordentlich schief gegangen. Denn wenn man was will von Herrn Erdogan, dann darf man sich nicht von ihm typieren lassen, dann darf man sich von ihm nicht vorführen lassen, dann darf man auch als Kommissionspräsidentin natürlich nicht erlauben, dass gerade die Frau aufs Sofa verwiesen wird. Und da muss man auch sagen, auch der Präsident Michel hat da ordentlich gepatzt. Also ehrlich gesagt, so kann man sicherlich nicht erfolgreiche Außenpolitik machen. Zurück zu Russland. Das EU-Parlament hat diesen Donnerstag in einer Entschließung festgehalten, dass Russland feindseliges Verhalten an den Tag liegt. Und die Mitgliedstaaten der EU wurden aufgefordert, entschieden dagegen vorzugehen. Wie könnte das aussehen, dieses Vorgehen? Es geht in Russland vor allem darum, dass dort die Menschenrechte in vielfältiger Hinsicht, der Fall Nawalny ist ja nur einer, mit Füßen getreten werden. Tausende sitzen in den Gefängnissen. Und daher müssen die reagieren. Und das kann gehen bis hin von ernsthaften Diskussionen mit Russland, bis hin natürlich auch zur Verlängerung der Sanktionen und all diesen Fragen. Und es ist auch in Diskussion gestanden, dass man zum Beispiel Wirtschaftskooperationsprojekte, Nord Stream 2 und andere gegebenenfalls auch einstellt, wenn sich die Situation nicht bald bessert. Ja, aber Moskau überschreitet aus Sicht der Europäer ständig rote Linien. Die Folge sind Konsequenzen. Es scheint die Zahl der Sanktionen schon so zahnlos zu sein wie die Zahl. Russland ist offenbar nicht beizukommen. Das Problem bei der Außenpolitik, vor allem einer Außenpolitik, die auch auf Menschen und Grundrechte achtet, ist natürlich, man kann das Gegenüber schwer zwingen. Man kann nur die Menschenrechtskämpfer unterstützen. Man kann die Sachen aufzeigen. Man kann dagegen protestieren. Man kann über Sanktionen reden. Man kann zielgerichtete Sanktionen gegenüber den Oligarchen, den Menschenrechtsbrechern, jenen, die diese Befehle auch geben, anwenden. Aber am Schluss natürlich ist Außenpolitik auch im Dialog versuchen, eine Verbesserung zu erzielen. Und leider ist die Situation ja auf der Welt so, dass in vielen Bereichen, Russland, China, Türkei, Iran und in anderen Ländern, die Menschenrechtssituation ganz, ganz schlecht ist und daher die Europäische Union oft der einsame Rufer für Menschenrechte ist. Sie haben das Stichwort gegeben, das EU-Parlament hat auch gesagt, Nord Stream 2 soll gestoppt werden. Die deutsche Regierung, aber auch die österreichische Regierung sind da strikt dagegen. Was ist Ihre Meinung? Ich bin jener gewesen, der auch für das Stoppen dieses Projekts gestimmt hat. Und zwar nicht, weil ich es prinzipiell ablehne, aber weil ich finde, irgendwann ist auch einmal genug. Und offensichtlich versucht ja auch der Herr Putin genau über dieses Projekt die Abhängigkeit Europas von seinen wirtschaftlichen Ressourcen zu verstärken. Aber das ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, wie die Interessen so unterschiedlich gelagert sind. Deutschland und auch Österreich haben hier eine andere Sichtweise als so manche andere Staaten. Und am Schluss muss man sich natürlich auch die Frage stellen, in Österreich, die OMV und andere Unternehmen, die natürlich eng verbunden sind mit Gazprom und anderen. Noch zu einem anderen Thema, das diese Woche im EU-Parlament behandelt wurde. Der Grüne Pass, wie in Österreich heißt, das einheitliche Zertifikat für ein freies, sicheres Reisen im Sommer. Wird es das geben und wann wird es das geben? Oder wird es wieder so enden wie bei Impfen, Lockdown und Testen in nationalen Alleingängen? Ich hoffe nicht, denn die nationalen Alleingänge führen zu einem Fleckerlteppich, wo dem europäischen Bürger wieder nicht geholfen ist, weil er nicht weiß, welche Regeln gelten. Und daher wollen wir ein einheitliches europäisches Zertifikat, das festlegt, wenn Impfungen gegeben worden sind, die Impfungen, wenn eine Immunität aufgrund einer überstandenen Covid-Erkrankung gegeben ist, oder auch eine zurückliegende Testung, dass alle diese Themen dort eingetragen sind und damit das grenzenlose Reisen und andere Dinge wieder schrittweise möglich werden. Aber wichtig ist, es muss der Impfstoff für jede und jeden, der sich impfen lassen will, auch zur Verfügung stehen. Und es muss diskriminierungsfrei sein, das heißt, es darf nicht dazu führen, dass über die Hintertür ein Impfpass oder eine Blockade für andere sind. Deswegen war uns auch wichtig, dass sowohl Testung als auch Impfen beides eingetragen ist. Und der dritte wichtige Punkt als europäisches Parlament ist, es muss datenschutzkonform und bombensicher sein. Das heißt, keine Bewegungsprofile und keine Veröffentlichung von Gesundheitsdaten. Das ist mit unserem Vorschlag aber gewährleistet. Gibt es vom EU-Parlament dazu auch schon einen Zeitplan? Der Zeitplan ist ein recht knapper. Also das EU-Parlament hat diese Woche sich festgelegt auf seine Position, die von der Kommission gibt es. Und jetzt wird im Trilog auch mit dem Rat möglichst rasch etwas festgelegt, denn man braucht auch Zeit zum Implementieren. Das heißt, ich hoffe, dass wir im Mai, Anfang Juni auch mit der Sache durch sind. Gestern war erster Maitag der Arbeit, da wird auch die internationale Solidarität immer ganz hoch gehalten. Europa ist beim Impfen recht gut unterwegs. Mit der internationalen Impfsolidarität mit ärmeren Staaten schaut es eher schlecht aus. Das ist ein trauriges Kapitel, wie die Welt sich da egoistisch verhält. Und wir erleben, dass ja jeder Staat quasi rauft, dass er selber mehr Impfstoff kriegt mitunter. Wir, und ich bin sehr dafür, dass man zum Beispiel bei Patenten, die öffentlicher macht, dass Pharmaunternehmen kooperieren können, dass auch Länder des globalen Südens auch zu Impfstoff kommen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, es geht nicht nur um einen Vorteil, es geht um eine globale Pandemie. Und wir sehen ja gerade in Indien, wie args dort zugeht aufgrund der Armut und einer unfähigen Regierung in Indien. Und wir müssen auch den Inden helfen, um uns selbst zu helfen, weil sonst schwappt wieder eine indische Mutation auf Europa über. Das heißt, gerade bei der Pandemie alle Menschen gleich behandeln. Herr Schieder, wir sind am Ende der Zeit. Kurze Frage, kurze Antwort. Werden Sie dafür, dass Österreich Impfstoff abgibt an arme Länder? Ich bin dafür, dass Österreich sich an diesen Programmen beteiligt, ja. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.